Welt sagt mir gegrüßt, ein kleiner Zwischenstand von meinem Bautisch. Ihr kennt ja alle noch den Leuchtturm des Astronomen, knapp 7000 Teile, 240 Euro von Bluebricks. Das ist ein knüller Set, ohne Ende Details, Spaß für die ganze Familie und das Erdmännchen fühlt sich sehr wohl. Aber jeder braucht einen Freund, richtig. Und ich bin mittendrin, es ist ein Fest. Das Planetarium des Astronomen, noch größer, über 7200 Teile, 250 Euro, Details ohne Ende, voller Bauspaß. Es ist ein Fest. Ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden.